hallo ist der martin von money monkey ist das hier dachsanalyse für nun dienstag den 7.12.2021 und unser text klemmt einfach fest ist wie wie eingesperrt zwischen seiner 15.100 und 15.400 wir hatten es gestern schon gesagt wenn er wenn er unter 100 rausgeht dass er dann gute chancen eben hätte unten raus zu gehen weiter zu machen und so weiter und so fort wenn er aber nicht unter die 100 geht sich wieder nur nach oben drückt dass dann eben wahrscheinlich einfach wieder der rücklauf zur 400 folgt und mehr brauchen wir hier eigentlich gar nicht zusammenfassen wenn das getan ich habe früh also was heißt früh in der nacht kurz drauf geguckt um keine ahnung wann war das 0 uhr 30 oder so da habe ich schon gesehen naja 150 151 50 oder 151 70 war da da habe ich mir gleich wieder naja alles klar dann über 2 wieder 15 400 werden und am tag betrachtet hat er sich finde ich aber eigentlich schön vom gelb runter gedreht also das hätte mich auch ganz gewundert wenn er ein paar meter mehr geschafft hätte noch mal auf die 100 gesetzt hätte noch nicht jetzt unbedingt die 100 nach unten gebrochen aber da hätte ich mir zumindest jetzt im tagesverlauf gut vorstellen können dass dann die 100 noch mal anknabbert aber nee dann hat er sich komplett gedreht und dann die rücklaufmarken einfach überlaufen zack buff rauf auf neues hoch dann noch mal kurz den rücklauf gebracht auf 250 hier 22 82 50 und ab die luci bis zur 400 in dem sinne definitiv sich treu geblieben kann man nicht anders sagen und würde ich unserem dachs jetzt hier auch noch dann den letzten schlenker frei lassen den hat er ja die vorherigen tage immer ausgelassen aber auch natürlich geht zum dienstag wie die ganzen letzten tage das auch immer wieder galt erinnert euch der dachs kommt immer am abend mit einem signal rein also hinterlässt einen eindruck der ist meist sehr reprägnant zum montag war jetzt wieder sehr bullig hat man ist nicht der erste montag bei dem das so ist war auch letzte woche ähnlich gewesen und kann durchaus passieren dass es zum dienstag jetzt wieder zurückblickt weil einfach in seiner range bleibt einfach hier drin festklemmt halt na im im käfig einfach drin festklemmt und hier wieder zurückgelaufen wird das heißt meine erwartungsteilung für den dienstag wäre jetzt schon dass wir eigentlich über der 400 bleiben bleibt er über der 400 dann schafft er das rein dann schafft er das rein in die 550 bis 600 na also würde ich vielleicht den trigger noch ein bisschen hochziehen auch möglichst an die 600 rangehen die so in dem bereich ja also aus dem bereich kann sich locker noch mal durchdrehen dann hat er von hier so eine kleine abc gemacht das würde vollkommen reichen droht er sich da unten aber nicht durch muss man eben auch vorsichtig sein ja dann haben wir hier ein kleines b stehen also der kann dann eben auch einfach eine umkehr reingehen halt na das heißt wenn er dann über die 600 auch hinaus hier dann ist 57 die nächste punkt dabei ist die maus dann kein fahrten ab das kann auch relativ schnell dann gehen da ist nicht viel dazwischen was ihn irgendwie ausfremsen kann das heißt wenn wenn er 550 600 nicht eingedreht kriegt dann ist 57 die nächste da kann auch keinen satz da oben nach oben machen und ich glaube wenn er da oben steht naja dann ist das hier unten abgeschlossene bodenformation er wird sich wohl eher richtung 9 10 dann orientieren das heißt natürlich jetzt wieder mit positiveren abschluss tages abschluss natürlich wieder oben die chancen geöffnet aber das heißt nicht dass der da zwangsweise auch hin muss na also da kann ich wirklich nur wieder betonen dass was wir die ganzen tag jetzt hier immer wieder machen guckte früh euch an also guckt euch früh an wie der wie der sich dreht bleibt denn über der 400 drückt sich über die 400 zurück drückt dass ich unter die 400 zurück wird es mich auch nicht wundern wenn wir wieder in dem bereich um die 300 zurückgehen vielleicht erst mal so eine 330 gucken wir dort reagiert kommt er gut raus dann kann er noch mal einen schuss nach oben probieren aber macht auch die 330 300 nach unten platt und dann geht er auch wieder hier runter an die 180 und tiefer bis 100 dann wieder na also da würde ich schon da würde ich noch ein bisschen auf beiden seiten offen bleiben einfach weil wir es jeden tag sehen grüne tageskatze am nächsten tag kommt es runter dann kommt eine fette rote tageskatze dann kommt dann läuft er wieder nach oben macht immer also wenn wir hier im tages statt gucken macht immer genau das gegenteil von dem was so direkt eigentlich erwarten wird ist und von daher würde ich da ehrlich gesagt einfach gucken wie kommt auch der wie kommt der morgen rein wie kommt er morgen rein was wie hält er sich mit der 400 drückt es sich jetzt wieder nur von der 400 ab naja dann geht es auch wieder zurück ja gelingen sie mal maßlich über 400 zu etablieren da wirklich stabil zu bleiben dann dann ist da auch platz bis 600 den hat er ja was ich vielleicht noch erwähnen kann ich habe hier ein bisschen aufgeräumt gestern mal im chart dass das wieder ein bisschen übersichtlich ist damit man wirklich das zentrale das markante auch wirklich vor augen hat ne es ist hier weiterhin eine v korrektur nicht auszuschließen auch aus dem muss heraus ideal wäre natürlich von einem neuen tief unter der 14.800 fände das sehr schade wenn er das vorher macht aber wenn er hier hoch zieht dann zieht er auch wieder bis an die linie ran also das halte ich nicht so ganz so aussichtsreich dass er dann in dem bereich sich wirklich runter gedreht kriegt ich meine es ist da eine interessante anlaufzone gucke ich mir auch ganz genau an deswegen hört ja auch der eine pfeil auf und der andere fängt das drüber an aber da müssen wir ja mal sagen also wenn unser dax jetzt nach der nummer hier alles wieder nach oben aus konnte also da wird auch ein neues altzeiten folgen also wir gucken mal wir gucken mal ist es auf jeden fall jetzt natürlich durch die grüne tageskerze an der 200 taglinie nicht drüber wieder ein etwas positiver eindruck aber wir brauchen eben halt auch die lage über der 400 kommt die nicht gelingt sie nicht dann wieder einmal zurück auf start einmal wieder zurück durch die range der letzten tage die uns hier zwischen 15 400 und 15 100 sehr offensichtlich begrenzt und damit würde ich auch sagen machen wir die kiste zu ihr habt hier oben die zone ein bisschen im blick ich mir sehr gut vorstellen dass das zum dieser kommen kann wenn er denn tatsächlich über 15 400 sich gestanden bekommt und wenn er wieder nur nach unten netten kommen einmal wieder zurück kennen wir nur alle brauche ich nicht ins detail gehen gut ich wünsche euch zum dienstag viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss 4 9 14